Ich bin von dir. Du musst die Insekts verteidigen. Victor, warum bist du so schlecht? Wo sind die Insekts? Junge, jetzt ist da irgend so ein Scheißtyp, der das wirklich ernst nimmt. Scheiße, Scheiße, wo sind die Insekts? Was ist das? Fuck, ich muss da hin. Wo sind die Insekts? Junge, sag mal. Ich versuche einfach die ganze wegzurannen, dann passt es. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht so ganz gerne. Ich bin direkt unter dir, ich bin direkt unter dir. Ich stopp, ich stopp, ich stopp. Der Typ hat vier jetzt kassiert. Habe einen. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Wo ist er? Da, 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 rechts. Okay, ich feite ihn, ich feite ihn, ich feite ihn, ich feite ihn. Ja, ich, ich geh, ich geh, ich geh. Der Typ rennt wieder da rein, er ist so dumm, wirklich. Aber du kannst ihn ja abfangen, oder? Und hab den nächsten. Ich glaube, dass er jemals hier hochkommen wird. Oh, ich bin dumm. Ich hab jetzt grad mich in meinen... Er hat sich in seinen sicheren Tropen gegeben. Comeback. Was hat er getan? Was hat er getan? Impressive. Also wirklich, dass ich aus dieser Runde gekommen bin, ist so unwahrscheinlich und so dumm. Also, ich hätte die Runde straight up verlieren müssen. Ich bin wirklich... Ich achte einmal auf den Chat. Es kann nicht sein. Also, GG an dich, aber was mache ich? Meistens so zwei bis drei Aufgaben, die ich am Tag machen muss. Okay, der Typ kann was, aber er kriegt keine Kombos. Und deswegen schlägt er. Was machen alle Leute da oben? I don't understand this. Nice. What the fuck? Ich könnte einfach noch mehr Einfluss auf SD nehmen, als jetzt schon. Ich könnte mehr Subs bekommen. Weil... Mit Glück Subs will ich auch noch mehr haben. Aber dann muss ich halt einfach wirklich mal Videos hochladen wieder. Aber ja. War der letzte? Hä? Ja... Sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020